So, Hallihallo ihr Lieben, wir sind heute... Wir sind in Berlin. Ja, ja, das sind wir. Ja, wir haben uns gerade durch den Stadtverkehr durchgequält. Ja, wenn man so vom Land kommt, dann kennt man das ja hier nicht, ne? Guck mal, hier ist sogar der See zugefroren, ein bisschen. Amaras Verwandte. Danke. Na ja, gut, dann sind wir ja irgendwie doch umeinander verwandt. Guck mal, der kratzt dich am Po. Dann schlägst du das Arm auch noch manchmal. Danke. Die chillen heute alle. Guck mal, dein Bruder. Guck mal, dein Bruder. Mas klei. Guck gut, du vers齊. Guck mal, du clothierst du vault. Guck mal, du ZOOM. Und dann in die ZOOM. Noch ins zu dürfen, du schlägst du bei N». Guck mal, ich schlägst du im Den. Ohhhh, September 2019, Hallo! Musik Humboldt Pinguine Musik Wie cool Und die schwimmen einfach Musik Wie cool Musik Wackeln mit Ärschchen Musik 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 Die Sportstunde Ich habe mich mal ganz kurz ganz gemütlich hingelegt. Die letzte Station jetzt hier im Tierpark, das Raubtierhaus, ist ja noch keine Raubtiere zu sehen. Danach gehen wir unsere Fische gucken ins Aquarium. Was? Ein Mungo. Ein Schmalstreifenmung. Ein Ringelschwanz, Mungo. Das ist auch ein Hübscher. Hier macht jemand Party. Wollen wir jetzt mal gucken, was hier los ist. Oh, Mütchen. Komm, geht's schlafen. Tschüss. Es ist Arschkölchen, Berlin. Und jetzt gehen wir einmal aufwärmen ins Aquarium. Eines der faulsten Lebewesen, die es glaub ich aus der Welt gibt. Das ist nur Wasserglibber. Wasserglibber. Wir haben Dori gefunden. Eine Dori. Noch eine Dori. Dori gibt's ganz oft. Das ist dann bestimmt Dörte. Ja, Dori und Dörte. Guck mal. Ein Schmollfisch. Die sind Silber. Und Rieschen. Ich finde, die meisten Fische sehen irgendwie grimmig aus. Irgendwie sind die nicht so schön. Sajter Nachmittag O Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020